Hallo zusammen. Willkommen zurück. Ich bin Michelle und in heutigem Video würde ich gerne über meine Erfahrungen an einem deutschen Gymnasium berichten. Ich hoffe es ist entspannend und lustig vielleicht. Zuerst möchte ich mich bedanken für die nette Kommentare in meinen besten zwei deutschsprachigen Videos. Und ich bin wirklich überrascht, dass man die Videos anschaut. Ja. Und jemand hat geschrieben, dass ich in einem Video irgendwas machen kann auf Deutsch. Dann ist das entspannend. Aber ich brauche ein Thema, worüber ich sprechen kann. Deshalb dachte ich mir, wir machen heute einfach der zeitliche Einfolge nach. Und ich beginne mit meiner Story, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Und wie die ersten drei Jahre hingen diese Schule für mich an. Mal schauen, wie lange das Video sein wird. Ich habe vorher nicht wirklich genau geplant, über was ich spreche. Deswegen schauen wir mal. Also ich bin mit 16 nach Deutschland gekommen. Und davor habe ich ein paar Monate Deutsch gelernt. Und ja, wie man sich vorstellen kann, war ich damals sehr, sehr schlecht in Deutsch. Also ich würde schon sagen, ich habe schon sehr viel gelernt für die wenige Zeit, die mir zur Verfügung stand. Aber natürlich im Vergleich zur Muttersprachler in der Oberstufe auf einem Gymnasium war das nicht wirklich genug. Okay. Trotzdem würde ich sagen, dass die Zeit halt in der Oberstufe auf einer deutschen Schule war viel viel entspannter als wenn ich zu Hause geblieben wäre und zu einer chinesischen Reisgur gegangen wäre. Man muss sich so vorstellen, in China entscheidet die allerletzte Prüfung, die allerletzte Abiturprüfung sozusagen, deine ganze Zukunft. Man kann zur Uni gehen und so weiter. Wohingegen in Deutschland man hat eigentlich Noten aus der 11. und 12. Klasse und das Abitur und das alles zählt. Und dementsprechend hat man eigentlich viel weniger Druck. Also in China, wenn man halt in diese letzte Prüfung scheidet, dann hat man es auch gescheitert. Und ja, deshalb in China wird man unter sehr viel Druck gesetzt, wirklich sehr sehr viel für diese Aufnahmebrüfung für die Unis zu lernen. Und man hat meistens morgens um halb acht, fängt die Schule schon an und geht das meistens bis 17 Uhr abends, hat man so eine kleine Pause. Und dann fängt von 6 Uhr abends bis 10 Uhr abends, hat man nochmal Schule. Ich weiß, das klingt wirklich verrückt, aber es ist wirklich so. Es ist immer noch so. Und in Deutschland geht man ja meistens so um 13 Uhr oder spätestens um 17 Uhr schon nach Hause. Und zumindest war das so in meiner Erfahrung. Also der zweite große Unterschied ist, wir haben in China sehr sehr viele Klassenkameraden. Also wir haben wirklich viel mehr Mitschüler als in einer normalen deutschen Klasse würde ich behaupten. Also in China ist eine Klasse normalerweise so groß, also die Klasse besteht meistens aus 40 Schülern. Und in meiner Klasse in der Oberstufe in Deutschland waren wir unter 20 Jahre. Und in meiner Klasse liegt auch teilweise daran, dass meine Klasse damals Chemie und Latein, also diese Kombination gewählt haben. Und die meisten haben ja Naturwissenschaften mit Französisch oder die eine andere Klasse waren. Also diese komische Kombination Latein und Chemie, halt haben nicht so viele gewählt. Deswegen waren wir eine mega kleine Klasse. Ja, also der Vorteil in China mit so vielen Mitschüler finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Weil man kann sich so vorstellen, die Chance mit, also halt jemandem zu finden, also jetzt meine ich nicht im romantischen Sinne, aber also in freundschaftlicher Hinsicht so eine Person zu finden, die du gut findest. Und unter 50 Leute ist natürlich viel wahrscheinlicher als eher in keiner Klasse mit weniger als 20 Menschen. Deswegen hatte ich den Eindruck, in China kann ich einfach mit Leuten befreundet sein, mit denen ich gut klarkomme. Und ich hab auch wirklich Lust mit den Leuten befreundet zu sein. Wohingegen in meiner Schulzeit in Deutschland war es halt so, ja, also ich hatte keine andere Wahl. Ich muss mit den Leuten halt klarkommen, weil sonst bin ich ja ganz alleine in der Klasse. Und ja, das sind so die zwei Sachen vorneweg. Und vielleicht erzähle ich mal diese eine Story bezüglichen Sportunterricht, denn das war wirklich das Schlimmste für mich in meiner schulischen Laufbahn. Also, ja, in der 10. Klasse bin ich ja erst nach Deutschland gekommen und im Sportunterricht muss man turnen. Und turnen ist sowas, was ich überhaupt nicht kann. Wir haben auch in China überhaupt nicht dafür trainiert, oder? Also man fragt sich vielleicht, okay, die Chinesen sind doch ganz gut in den Olympischen Spielen, für Turnen und so weiter. Das stimmt auch. Allerdings, das sind die Kinder, die schon mit sehr frühem Alter ausgewählt werden, heute Spitzensportler zu werden. Und die gehen auch zu speziellen Schulen, wo sie für sehr viel Zeit jeden Tag trainieren. Und wir normale Schüler, wir machen wirklich im Sportunterricht sehr, sehr wenig. Klar hatten wir da auch Wurfungen, aber meistens kann man sich so vorstellen, die Jungs machen wirklich Sport im Sportunterricht bei uns in China. Die spielen Basketball, Ball, Volleyball, was auch immer. Aber die Mädchen, inklusive mich, wir reden einfach miteinander im Sportunterricht. Also wir quatschen einfach miteinander und das ist erlaubt. Und warum es so ist im Nachhinein, glaube ich, weil die Lehre ist auch, wie viel wir lernen müssen, wie viele Hausaufgaben wir haben. Und deswegen ist Sport für uns einfach Freizeit geworden und niemand nimmt den Sportunterricht so richtig ernst. Sportunterricht wird auch oft von unserer Mathelehre, Physiklehrer in China missbraucht. Die werden einfach sagen, hey Kinder, heute habt ihr statt Sport einfach noch eine Stunde Physik oder noch eine Stunde Mathe. Und genau so ist heute diese ganze Situation mit dem Sportunterricht in China. Man kann sagen, dass wir eine sehr mankerhafte sportliche Ausbildung bekommen. So, dann bin ich nach Deutschland gekommen und alle Menschenschüler von mir sind mega gut im Sport. Also ich würde wirklich sagen, dass wir zumindest in meiner Schule so sind. Es gibt nur sehr wenige Leute, die nicht sehr gut im Sport sind. Und alle fragen immer dem Sportlehrer, was muss man machen, damit man eine Eins bekommt. Und ich hingegen fragen immer innerlich, wie viel muss man haben, damit man eine Vier bekommt. Und eine sehr kleine Episode war ja auch im F2, also im 2. Schuljahr von der 1. Klasse, hatten wir Volleyball als Warfach. Also das nennt man nicht Warfach, aber es war so, dass man halt bestimmte Sportarten in der 1. und 12. Klasse auswählen kann. Und ich bin so schlecht im Ball, Sportarten. Besonders halt, wenn ich in einem Team gegen ein anderes Team spielen muss. Weil ich hab immer Angst, wenn ich was falsch mache und mein Team wegen mir halt einen Punkt verliert oder so. Und weil ich so immense Druck auf mich setze, bin ich vielleicht noch schlechter und nervöser als ich schon. Und jedenfalls einmal habe ich beim Spiel häufig den Ball geschlagen und es fliegt wirklich nicht zu den Gegnern, sondern es fliegt komplett in eine andere Richtung. Und dann hat eine Person aus meiner Mannschaft getroffen und seine Brille ist auch kaputtgekommen. Und das war so ein schlimmes Moment für mich. Ich hab fast angefangen zu weinen und meine Sportlehrerin ist so nett. Und sie ist zu mir gekommen und hat mich getröstet. Statt praktisch meine Wünsche Schule, der gerade verletzt war und seine Brille war auch kaputt. Und der Mitspieler war auch mein Sitznachbar in meiner Klasse. Und er ist an dem nächsten Tag nicht zur Schule gekommen. Und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, nicht dass er jetzt noch eine Hirnerschilderung zugezogen hat. Aber nein, ihm geht's ganz gut. Und die Brille wird auch bezahlt von meiner Achtungsversicherung, so heißt das glaube ich. Und jedenfalls war nichts Schlimmes passiert. Aber im Endeffekt bin ich sehr sehr dankbar, dass meine Sportlehrerin so eine nette Lehrerin ist. Und ich bin auch dankbar, dass jetzt seitdem ich zur Uni gehe, man muss nicht mehr gezwungen Sport zu treiben. Ja, das ist einfach viel entspannend. Jetzt gehe ich auch ins Fitnessstudio. Natürlich nicht jetzt, jetzt. Aber ich meine, wenn ich zum Beispiel immer in meiner Freizeit Sport mache, dann habe ich auch keinen Druck. Ich mache auch gerne Sport. So. Ja. Okay. Das ist die erste Story. Okay. Was wäre die zweite Story? Zweite Story, vielleicht können wir über Religionunterricht reden. Weil das ist auch was, was wir in China überhaupt nicht haben. Und das war so interessant, finde ich. In meiner 10. Klasse hatte ich eine sehr sehr nette Religionslehrerin, evangelische Religionslehrerin. Und damals in der 10. Klasse, ich denke, die haben also schon früher alle Basics mit Bibel und so. Weil, also die haben sich schon damit auseinandergesetzt. Und in der 10. Klasse war es eher so vergleichende Religionslehre. Also wir haben uns Hinduismus, Buddhismus auch angeschaut, Vergleiche gezogen und so weiter. Und das war eine sehr sehr schöne Zeit. Also einfach so schön, so viele neue Sachen von anderen Kulturen zu lernen. Und deswegen habe ich auch weiter Religion in der 11. und 12. Klasse gewählt. Was ein großer Fehler war. Weil diese nette und kompetente Lehrerin ist mit ihrem Freund nach Italien gezogen. Und dann haben wir eine neue Referent, wie heißt das Wort, ich weiß immer noch nicht. Also wir haben jedenfalls eine neue Lehrerin im Referentariat bekommen. Und die war echt nicht so gut. Und das ist auch das Problem. Ich finde, in einer deutschen Schule findet also so oft Lehrewechsel statt. In der Oberstufe, in Chemie zum Beispiel, hatten wir dreimal Lehrewechsel. Weil der eine ist weit im Ende gegangen. Und die zweite war im Referentariat. Und dann war sie fertig und hatten wir einen dritten bekommen. Und die sind alle eigentlich sehr gut. Aber das Problem ist, durch diese ständigen Wechsel, die haben auch nicht wirklich genau miteinander abgesprochen, was sich unterrichtet und was nicht. Und als ein Ergebnis, hatten wir nicht so viel lernen können. Wir haben gefühlt immer die Samen wiederholte, die der letzte Lehrer schon mit uns besprochen haben. Und ich fand das sehr schade. Andererseits kann man das glaube ich auch nicht so leicht begeben. Also der schulische Betrieb ist komisch relativ kompliziert. Ja. Letzte Story. Dritte und letzte Story für heute ist meine komplizierte Beziehung mit dieser Sprache Deutsch und sich. Und wieso es so ist. Was ihr selbst geschaffen, geschafft habt. Dann könnt ihr wissen, warum ich so unsicher in Deutsch bin. Und zwar meine Deutschlehrerin damals ist die strengste Deutschlehrerin in meiner ganzen Schule. Und meine Schule hat erst dieses neue Programm gestartet, wo sie viele ausländische Schüler aufgenommen haben. Und ich glaube vor mir gibt es nur ein Jahrgang mit ausländischer Schüler. Und dann kommen wir. Und wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Die meisten von uns haben vorher halt nicht so viel Deutsch gelernt oder nicht so lange Deutsch in der Schule gehabt. Und deswegen waren wir halt auch nicht so gut in der Sprache. Und für die Lehre, besonders für die Deutschlehrer damals war das nicht so einfach. Weil zum einen die sagen, ja wir haben schon anerkannt, wie wir ihr geschafft habt, als ausländische Schüler eine neue und komplizierte Sprache zu lernen. Andererseits müssen wir auch fair bleiben, zum Beispiel wenn die deutschen Schüler ein, zwei für einen Aufsatz bekommen haben. Und ich habe so inhaltlich gleich gute Arbeit abgegeben. Aber meine Grammatik ist natürlich viel, viel schlechter. Und das wäre sehr unfair meinem Schüler gegenüber, wenn sie mir wegen dem Eng halt mir eine zwei gibt. Weil, wie gesagt, wegen sprachlichem Wandel. Und deshalb hatten sie mir dann halt immer durchgehend vier gegeben. Und in der Oberstufe durchgehend drei, denke ich. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, in meinem deutschen Abi ein zwei zu bekommen. Mit meinem Gedichtanalyse. Das war wirklich Highlight meines Lebens. Nein, okay. Das wäre ein bisschen übertrieben. Aber ich habe mich so richtig gefreut über diese zwei in Deutsch viel mehr. Er ist überall andere Leistungen in anderen Fächer. Jetzt zurückblickend finde ich sehr schön von hier unterrichtet zu werden. Weil da musste ich auch wirklich sehr viel Mühe geben. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich das meiste gelernt habe aus Deutschunterricht. Weil wir haben so viel einfache Literatur auch gelesen. Und das hat meine Horizon wirklich erweitert. Obwohl das mein Leben erschwert hat. Weil für Medizinstudium braucht man ja numerus klausus. Man braucht super gute Noten. Deswegen war ich durchgehend nervös. Ob mein Traum einfach wegen meinen deutschen Noten zerplatzt sein wird. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt studiere ich Medizin. Deswegen kann ich alles verzeihen. Was die Lehre in mir angedauert. Nein. Also, sie ist auch nur fair. Aber ja. Das war nicht so leicht. Auch in Deutsch im Abitur zu räumen. Und so weiter und so fort. Okay. Das war es eigentlich von mir für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr könnt gut schlafen. Oder einen schönen Tag für euch haben.